hey leute diesmal sind wir wieder alleine unterwegs also ohne daran die rico lort oder darius oder so komplett allein so genau habe ich gerade nicht mehr gewusst was ich kaufen wollte dass da wir gehen die machen mit die gehen jetzt alle glaube ich blau ja willkommen dieses mal werde ich keine wort kaufen das letzte mal war war ziemlich scheiße ehrlich gesagt und ich gebe den wort dafür die schuld ganz ehrlich gesagt naja ist ja auch egal vielleicht war ich dran schuld und nicht die wort daran schon mal ein paar aber ich glaube die kommen jetzt nicht mehr weil die wissen dass wir da sind da ist auch keiner wukung ist dort oben so was machen wir auf der hut immer mal darunter zum darius und ist der alleine das ist scheiße wenn er dann plötzlich angegriffen wird die sonne geht immer wieder sind irgendwie weg die wir sagen sind erschienen also dass irgendwie gar keiner mehr so aber dafür sind wir alle fünf da habe ich auch noch nie ja da kriegt man eigentlich ein bach wenn man den tötet scheinbar schon so jetzt tun wir uns den roten von denen noch mal fertig als würde ich bin wo sind die ganzen gegner hin okay so dann haben wir ab gehen wir runter wo die haben unten eine falle gestellt während wir oben eine gestellt haben also ganz schnell runter wukung lebt noch das ist gut geil die sonne geht immer wieder auf also nein wufak und ein fein fest nein nicht festhalten verdammt zurück zurück war jetzt scheiße die waren irgendwie alle in der mitte so hat zu gelünden mini getroffen die fähigkeit von der ari grad so ich jetzt runter schauen wir mal ob da einer irgendwo ist ein level ab hätte ich gerne dann könnte ich sind klinge skillen schauen wir mal ob da einer drin ist nein keiner dann greifen wir ins an irgendwie alles kommt die morgana bot morgana und esrael immer wachsam zenith klinge oben ist getroffen das ist aber zu nah am turm wir müssen sie irgendwie zurückfallen lassen aber nah genug sein um die erfahrung für die gegner zu kriegen von den minions soll er jetzt da reinschießen nein doch nicht also es macht es ganz super also unser israel ist real es sage ich einfach mal sie besser gestern ich war sogar außerhalb der reichertes turms aber jetzt muss man unbedingt weg die minuten die haben beide trinke finde ich scheiße die heim sich jetzt einfach hoch wo gerade noch nein daraus so die morgana jetzt offenbar abkommt und die fähigkeit das ist nicht gut nein das ist gar nicht gut jetzt haben wir dann wort eingesetzt so ich gehe mal zurück wo wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich oder nein das war so knapp habt ihr das gesehen unbedingt bedanken wir haben da hat uns gerade das leben gerettet so wir kaufen uns jetzt einmal das wie es das kenne der verjüngung und dann einmal fehlende das war nur noch 340 für den stein der weisen halt wir haben noch nicht fertig regeneriert soll jetzt hat da kann es sein dass da jetzt unser jungler ist oder wieso ist denn in der mitte ich habe keine ahnung ist ja auch egal das ist machete des lakers wie sind es bei denen der jungler das kann man jetzt ganz einfach erkennen weil es gibt jetzt spezielle items ausschließt dies ausschließlich fürs schauen gut sind ist es haben wir schauen wir doch mal da rein nieder ist keiner die wurde getötet jährer und der jungler ist auch eine mitte so jetzt so schauen wir doch mal erwischt mist aber er hat sich weggeportet der blitz da kommt die morgana sie ist die res real erwischt mist so verdammt mist so die haben stimmt ja mir da ein wort drin es bringt also gar nichts wenn ich mich dafür stecke ich verstecke nicht mal da drin dann soll wahrscheinlich auch an wort drin stehen keine ahnung aber man ich hasse das ich bin nahkämpfer ich kann dann nicht in die nähe des turms gehen zumindest jetzt noch nicht so nein sie haben es ja gekillt mist nein 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 verdammt 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 mist so jetzt haben wir den stein der weisen ich kaufe mir jetzt als nächstes meine warmox rüstung das heißt jetzt heißt es ein bisschen gold sammeln damit wir daraus kriegen heimwacht heimwacht habe ich schon mal über heimwacht geredet also diese verzauberung der heimwacht ähm glaubt schon hm weiß jetzt nicht mist die haben festgekillt ist ja auch egal ich finde heimwacht einfach geil ähm zwar wenn man nicht wenn man gerade aus der basis raushand zumindest in allgemein ist so ansonsten ja erwischt komm schon ja und mist ja gut job so da kommt die morgana das will ich irgendwie die haben wort drin die haben ein wort drin da haben sie glaube ich keinen drin so israel ist immer noch dort aber jetzt lebt er wieder wieso greift sie den jetzt nicht an muss ich extra klicken oder was so die hat natürlich ein ich glaube die hat er die mir jetzt gesehen bock nein 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 zeige ich natürlich meine ziemlich klinge umsonst benutzt jetzt haben sie irgendwas geschrieben ich hab's nicht gesehen irgendwas hat der wuch und macht soll den beschützen jetzt mal damit er weg porten kann so und in diesem fall gehen wir mal da hoch da kann ich jetzt nicht hin so eins ist eins schreibe ich mal die morgana ist weg da darius kommt gleich zum denken da war die morgana da war die morgana ah mist geh stunt ah mist jetzt habe ich meine ulti geil oder da kommt die morgana so ich werde jetzt wahrscheinlich sterben wegen dem turm nein ich lebe noch wie geil und wir haben beide getötet war meine ulti ist ziemlich daneben gegangen so und weg zur kürtel des riesens gekauft als nächstes den rubin kristall also es war wirklich sehr knapp zum glück hatte ich heilung ab also hier dies heilen aktiv noch nicht auf abklingzeit sonst werde ich eindeutig gestorben so müsste das ist scheiße die haben ist ja gekillt und das wird wahrscheinlich auch sterben und ich bin noch zu langsam ah nein da ist darius ja der hat überlebt mist 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 komm schon komm schon komm schon gleich bin ich da so ich muss nein sie haben ihn getötet so unbedingt abhauen 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 verdammt die sind zu dritt mist fest kommt mir zu hilfe aber ich kann den turm nicht verlassen wenn ich den verlasse bin ich tot und topo den turm zerstört verdammt ist ja er kommt aber wenn ich jetzt zurückgehe dann ist doch scheiße ich kann mir nichts kaufen so ich probiere mal schauen wir mal ich kann meinem fiss helfen verdammt verdammt meine ulti ging daneben ah scheiße und da kommen die ganzen minions wo nein 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 ich will nicht sterben ich port mich jetzt zurück jetzt da rein und porte mich zurück da ist es auch schon wieder das ist ein guter ersatz für mich dabei so wie gesagt bin kristall kann ich mir noch nicht kaufen also warte ich noch so gleich leben voll und los schon fast 2000 leben mit level 7 das interessiert mich jetzt wie viel haben die anderen 900 1400 1200 1600 also das ist schon echt krass so wir sind jetzt zu zweit unten fiss wird gerade zurückgedrängt ist fast tot sehe ich ja der zürm ist verloren verdammt irgendwas hat gehört sie auch dieses ding gehört ein sehr heller ton war das so kommt her kommt her und verdammt das startnen wieso habe man dem eine ulti nichts gemacht der war doch sogar eine mitte das hätte ihnen es dann müssen was war das weiß jemand von euch was das mal hätte zumindest verlangsamt werden müssen selbst wenn er nicht ganz in der mitte war und schon wieder daneben ok die arie sein nicht gut ich sterbe nein ich werde nicht sterben ich bin ich damit bin ich gerne nein nein wenigstens einen noch getötet so ist sterbe ich wahrscheinlich wirklich gleich nein ich konnte nicht mehr stammen aber ich habe gemacht dass der türk ja geil habt ihr das gesehen also wenn das mal nicht geil war dann weiß ich auch nicht mehr also ich hab ich hatte fast kein leben mehr hab die morgana gekillt und hab dann noch den turm dazu gebracht dass er den dass der die arie in meinem namen kill und es war der kapas kein leben mehr da muss sich zurückziehen also das mal nicht geil ist so und jetzt schnell zurück ich will ja nicht dass sie unseren geilen türm zerstören was denn da los verdammt ich muss sofort helfen darius kommt auch schon aber ich bin noch zu langsam es ändert sich sobald ich war rüstung habe kaufe ich mir die besten schule schule nicht schule wo ja kann es sein dass jetzt alle hier unten sind hier also die sinnes tot jetzt gehe ich auf urlaub alle fünf unten was soll der scheiß ok es gibt es nicht ja schon mal diesen ist natürlich auf normalen schatten arie magische schaden urlaub normal ist real normal und magisch das heißt ich hoffe man die ninja teddy erhaltbar muss ich klicken ich kann mal die stoffrüstung immer schon mal verkaufen moment Und die Sonne geht immer wieder auf. Hatte ich auch nie erwartet. Ist ja auch egal. Vom Spielen hat es mich nicht abgebracht. Passiert ist auch nichts. Bin ja bloß gelaufen. Und Fizz hat die Arie gekillt, obwohl die zu fünft waren. Äh, jetzt fehlt's glaube ich. So, dieser Turm wird jetzt fallen. Und S.R.E. sagt schon, Beck, nach dem zerstörten Turm sollte man immer zurück, weil dann meistens die ganzen Typen kommen. Sag ich doch schon. Verdammt, der hat sich... Wow. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Da ist Darius. Schauen wir mal, was passiert. Nicht erwischt. Komm schon, was passiert. Kennen wir die Arie? Und wir kennen sie. Und die Lee Sinke auch noch gleich. Ja. Fizz ist auch da. Er sagt, guten Job. Da bedanken wir uns doch gleich mal. Esreal wäre jetzt noch gekommen. Der Gegnerische. So, jetzt unbedingt die Ninja Tabi mit Heimwacht kaufen. Und dann kaufen wir uns natürlich auch gleich das gefrorene Herz als nächstes. Ja, los geht's. Übelst Schatten jetzt durch. Wann wurde der Turm überhaupt zu statt, habe ich ja nicht mitbekommen. Verdammt. Ach stimmt, als wir vorhin gestorben sind, dann haben die ja zu viel draufgekloppt. Genau. So, was machen wir jetzt? Wir gehen mal in die Nähe von Fizz. Hm, die sind zwei in der Mitte. Gehen wir mal in die Mitte. Was ist da ein Wort? Das mag ich überhaupt nicht. Nee, das mag ich nicht. Und dass ich da alleine rumstehe mag ich auch nicht. Ah Mist, jetzt habe ich falsch geskillt. So. Echt scheiße, ich glaube ich sterbe. Ja, ich sterbe. Ah, die sind stirbt. So. Kaufen können wir uns die Kettenwestern noch nicht. Ja, Wukong fragt jetzt wo es Team war. Endface, roger, so it not all mit. Ähm, eigentlich schon ja. Die dürfte. Wow. Habe ich gerade doch gesehen. Aber Darius geht eh runter. Das ist gut, dann kann ich in die Mitte. Und gleich, gleich und los. Das sind vier. Wir wählen. Verdammt. So. Nein, ich wurde festgehalten. Ich bin immer noch festgehalten. Boah, das gibt's doch nicht. Ich habe schon wieder das Ping gehört. immer wachsam. Gut, wir sollen uns zurückziehen. Machen wir doch mal. Aber das mache ich hier. Damit ich nicht die Gehten ja nicht sehen. Und wir können uns die Kettenwestern noch immer nicht kaufen. Verdammt. So, Darius geht runter, dann kann ich hochgehen. Oben schlagen ja gerade die Minens selbst durch. Was? Sie waren im Wald. Mist. Fizz wollte wahrscheinlich ein bisschen junglen oder so. Ähm. Ja, wie schaut's aus? Ich glaub, die gehen Baron, oder? Nee. Israel potzt sich zurück. Yeah. Ich hätte fast meine Ulti daran verschwinden. Ja. Das erste Licht. Fokus, Ari please. Okay, mach mal doch mal. Ah, da steht ja noch der Tür noch. Wieso steht da noch der Tür? So, Ulti-Skill. Wieso steht da noch der Tür? Keine Ahnung. Jetzt steht er auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt schlagen wir zurück. Aber volle Kanne. So, Heilung auch, und jetzt gehe ich auf Morgana. Nein, ich muss abhauen. Ich muss... Nein, der Turm tötet mich. Mist. Wir hätten doch nicht am Turm kämpfen sollen. Blöde Idee. Aber wir haben uns jetzt was kaufen können. Ein bisschen. Zumindest. So, oben. Leistens, dass ich gerade einen Kampf unten schlagen wir vor. Bei Olaf. Keine Ahnung. Hoffen wir haben wir den gejagt oder so. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. In vier Sekunden lebe ich wieder. Ich hoffe, das reicht. Um dort ganz schnell hinzulaufen. So. Heimwacht hilft natürlich auch. Ach, die sind jetzt wahrscheinlich Barung gegangen. Ne, sind sie nicht. Die Drachen können sie aber. Okay. Dann töten wir die doch mal. Ich gehe jetzt hier hin. Arie als Tank, lol. Ähm. Komm, da rein. Ich glaube, ich bin zu weit vorne. Die gehen alle links. Gehe ich auch links. Ich darf nicht fallen. Ich darf nicht fallen. So. Und den da auch noch. Der links ist irgendwo der gegnerische SR. Ist her. Komm schon. Komm schon. Und den da auch noch. Ja. So. Den töten wir jetzt. Den Turm, der fällt. Dieser Turm fällt. So. Und jetzt. Nein. Mist. Um einen Schlag. Aber egal. Der Turm ist tot. Gut. Wir haben sogar ein Ass. Äh. Ich hab's. Morgana lebt wieder. Naja. Sehr ausgeglichenes Spiel, finde ich. Ähm. Die haben. Die haben. Aber wir. Die haben noch einen äußeren Turm stehen. Wir haben sogar noch zwei äußere Turm stehen. Das heißt, wir sind momentan ein bisschen im Vorteil. Ich kann mir eine Stoffkustung kaufen. Sehe ich gerade. Und los. Wo geil. Es wäre. Külter. Ein Haufen Minions. Gerade. Oh. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt da hinlatschen. Warum wollen die machen? Schlechte Idee, glaube ich. Ganz, ganz schlechte Idee. Aber die haben keine Worts da. Dann ist es wiederum eine gute Idee. Aber die wollen jetzt doch nicht irgendwie. So. Die Morgana. Die stirbt. Jetzt auf Olaf. Nein, die sind. Die sind. Verdammt. Ich geh hier. Ich helfe in der Gruppe mit. Oh. 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 Und was passiert? Komm schon. Den, kennen wir noch. Nein! Mist, sie hat mich noch getötet. Ah, gerade wo man eine Zenitklinge fertig geworden ist. Aber wir haben, glaube ich, wieder ein... Nein, zwei Leben noch. Israel und Morgana. Oder wieder. Wer weiß schon. Es steht übrigens 30 zu 30 mit den Kills gerade. Voll geil. Was? Ich habe jetzt 19 Minions getötet? Ähm, Ari ist Fretz. And not of you. Da hat viele Fehler drin. Äh, Fokus for you all went for Morgana. Good game. Fokus, Ari. Ah, ja. So, wieder in die Mitte. In die Ari gef... Fiedet ist dann... Ähm, sollte ich mir als nächstes wirklich den... Na, wie heißt's? Ähm... Boah, Geistessicht. Geistessicht heißt es, glaube ich, kaufen. Gibt immer 50 Magieresistenz. Und das ist schon geil. Habt ihr übrigens gewusst? Ähm, einer von diesen unzähligen Balken hier. Jeder Balken ist für 800... Äh, 400 Leben. Das heißt, ähm, jeder angefangene Balken ist dann halt noch das Restliche. Das heißt, ich habe hier 33 Balken momentan. So, wir sollen noch warten. Sollen wir warten? Sollen wir nicht warten? Mucon kommt. Und... Zack. Die Ari lebt ja auch noch. Echt scheiße, momentan. Ähm... Ah, müsste sterben. Alle tot, ja. Scheiße. Jetzt hat mir zweimal nass und hier eins. Ähm... Wir wollen jetzt vordrängen. In 10 Sekunden lebt es fürs wieder. Das Blöde ist die Ari, wenn man es bald mal sie fokussieren, läuft die weg. Die Gegner hat einen Turm zu stören. So, ich lebe jetzt auch gleich wieder. Und... Los. Dann bin ich die Minenziert-Killen. Erst müssen sie an mir vorbeifeln. Die Türfen. So. Ich weiß, ich mache ein bisschen wenig Schaden, aber ich bin ja auch im Tank. Ich muss viel aushalten. Und ich bin meiner Meinung, das tue ich. Jetzt muss ich nur noch irgendwie schnell hinterherkommen. Oh, und ich muss unbedingt Elizas Wunder kaufen, sehe ich gerade. Unbedingt. So, jetzt haben die keinen äußeren Turm, ja. Fizz will das mal weggehen. Geh mal halt weg. Mist, fast. Oder vielleicht das Airbag ist, kann auch sein. Ich habe die Sinn irgendwie terminiert, terminiert. So, und jetzt muss ich aber nicht abhauen. Ja, abhauen, wäre gut. Okay. Ich bin gestorben, aber dafür habe ich geholfen, dass Airbag getötet wurde. Und Israel wurde auch getötet. Also, gut gemacht, sage ich mal. So, gleich kann ich mir Zündjubi kaufen. Olaf lebt von denen wir noch wieder. Ich habe gedacht, wir hätten schon wieder ein Ass. Egal. Zündjubi kann ich mir noch kaufen, bevor ich wieder lebendig werde. Oh, Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Ich muss unbedingt ein kleines Wunder kaufen, das habe ich mir vorhin gedacht. Das muss ich mir jetzt dann noch erwarten. Und, komm schon, komm schon, gleich habe ich es. Wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen warten, wenn ich lebe. Ja. Gekauft. So. Das ist auch erledigt. Und als nächstes dann die Geistessicht. Israel hat den Drachen gekillt von uns. Das ist geil. Da gibt er, glaube ich, irgendwie so 150 Gold oder so. Da ist Ari. Da ist Lee Sin. Morgana. Verdammt. Verdammt. Alles ging daneben. Wahrscheinlich ist es jetzt... Fehler, aber... Äh, das ist ein Fehler. Aber ich lebe noch, wenn das mal nicht geil ist. Und wir schlagen sie montan in die Flucht. Wo, aber jetzt muss ich abhauen. Jetzt muss ich sofort abhauen. Ich habe keine 300 Leben mehr. Komm schon, das schaffst du doch. Port dich zurück. Und weg. So, ähm, hier. Geistessicht. Zünd-Jubé. Hab ich. Und los kann's wieder gehen. Ich warte hier erst mal. Ah, geil. Da rechts machen sie gerade den Tumplatt. Ah, Mist. Israel ist da. Was ist denn SDR? Keine Ahnung. Interessiert mich gerade auch gar nicht so. S? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Folgen wir dem Wukong aber doch mal. So, sollten wir Bauern töten? Nee, noch nicht. Oder? Da ist keiner. Hm, soll man töten oder nicht? Ja, okay, töten man. Geht ja schnell. Mittlerweile zumindest. Ah, das war eine dumme Idee. Verdammt, ich habe gehofft, ich kann mich da irgendwie hin porten. Und tot. Jetzt haben sie uns alle getötet und den Baron auch noch. Ah, die Aria mit zumindest. Noch bekommen. Ah, ja. Und wir haben nur die Aria erwischt gehabt. Für sie sind 20 Sekunden. Ja, gute Spiele, sage ich jetzt auch mal, sehr ausgeglichen. Boah, jetzt fangen die an, sich zu beleidigen hier. Ah, Mist. Der erste Inhibitor ist zerstört. Fiss lebt wieder, ich auch gleich. Das erste Licht dämmert. Das erste Licht dämmert. Ah, das finde ich nicht, nicht gut. Jetzt wollen sie den Turm da zerstören. Immer wachsam. Ach, Mensch, ich glaube, der will nicht, dass wir da zurückziehen, sondern dass wir da hingehen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Leute nicht wissen, welches Zeichen man wann benutzt. Ah, Mist. Verdammt. Ich hab... Ah, ich zähl meine Ulti immer zu spät. Ja, Israel kümmert sich eh schon drum, glaube ich. Aber ich geh auch nochmal zurück. Ach, scheiße. Ich wollte gerade nochmal klicken, weil ich gesehen habe, dass Darius auch zurück ist. Den drei oben hält. Zwei. Nur guck, Spiegelbild hat mich schon wieder irritiert. Ich werde euch beschützen. So, ich geh jetzt noch da hin. Fiss hat sich mittlerweile auch zurückgeportet. Wukung sollte sich noch zurückporten. Wahrscheinlich schriftlich eh gleich. So, und wir brauchen nur noch ein Level für ihr leises Wunder. Dann ist es weg. Obwohl wir die Stats noch haben. Immer wachsam. Ja, komm. Die Minis, da krieg ich noch. Und... So, jetzt schnell zurück. Wir können auch schon fast... ...den nächsten Gegenstand kaufen. Boah, ich bin schon richtig spannend, wie das ausgeht. Was? Report Fiss 91 CS, ne? Hä? Weiß jemand von euch, was das heißen soll? Ich hab keine Ahnung. Da wäre Olaf... Olaf, nicht Olaf. Und Morgana auch. Irgendwie sind die alle da. Ach, komm schon. Nicht gut, überhaupt nicht. Ich hau jetzt ab. Ich... ... hab's nicht mehr geschafft. Mist. Aber jetzt hab ich den Negatron-Mantel. Die wollen aufgeben, das will ich nicht. Die anderen auch nicht. Wir wollten aufgeben. Sabas 98, wir sind das. Darius. Ähm. Ja. Noch zwölf Sekunden. In der Zeit schaffen die es locker einen Turm zu zerstören. Einen zweiten weiß ich nicht. Oh, jetzt fangen wir uns wieder mit diesen neuen Partnern an. Oh, okay. Das könnte jetzt verloren sein, oder? Nee, eine letzte Chance haben wir noch bekommen. So. Und jetzt noch ganz schnell hin. Mist. Ah, ich muss unbedingt hier die Minutes killen. Minutes killen. So schnell wie möglich. Ja. Hab geschafft. Nein, der nächste Inhibitor ist zerstört. Sie ist real. Oder auch nicht. So, jetzt müssen wir ganz schön... Ähm. Minutes killen? Müssen wir? Was macht Wukong alleine draußen? Aber jetzt alle drei Inhibitor sind zerstört sich gerade. Scheiße. So, einfach mal alles raushauen hier. Leona Wortsitz will er mich fertig machen. Weger Worts. Hey, wir spielen wir schon seit 40 Minuten. Wisst ihr was? Ich schreibe dir jetzt einfach. Ich gehe nicht hier alleine raus. Ähm. I'm not going out alone. So, jetzt kann er gleich mal vergessen. Geistesichthammer. Direkt. Und Worts sind jetzt auch schon so ziemlich... Alles egal zu diesem Zeitpunkt. Außerdem habe ich euch ja gesagt, ich kaufe die Worts nicht mehr. So, die potten sich jetzt alle zurück. Wukong geht nicht runter. Gehe ich runter. Die haben jetzt bestimmt den Drachen und den Baron gemacht. Die Gegner. Mittlerweile. So, Level 18. Und diese scheiß... Fetten Teile da. Die gehen einfach nicht richtig kaputt. Dafür mache ich zu wenig Schaden. Leona go warding. You loop. Ich gehe... Die garantiert nicht hin. Also mir reicht's den... Ich glaube, den werde ich nachher... Ähm... Ganz ehrlich... Einfach mal reporten. Nein. So, ich muss unbedingt abhauen hier. Ah, Mist. Und tot. Der Hänster, der noch erlebt ist, Wukong, war ja klar. Ja gut, ich glaube, ich kaufe bringt jetzt eh nichts mehr. Wir haben verloren. Okay, ähm... Ich fand's scheiße. Eigentlich fand ich's toll, das Spiel, aber den Ausgang fand ich scheiße. Schreibt mir doch, was euch gefallen hat an dem Spiel. Warum wir meinten, wieso wir verloren haben, etc. Das gleiche wie immer. Ähm, dann danke fürs Zuschauen. Bye.